Und wie ihr schon sehen könnt, können wir jetzt den letzten Edelstein in dem Level Aircrash holen. Und, genau, in dem anderen Level haben wir jetzt auch alles. Sehr schön. Wären wir jetzt sofort auf die Scholle gesprungen, dann hätten wir den Edelstein ja nicht gekriegt. Dann hätte ich mich wieder geärgert. Somit haben wir das schlauerweise eben mit eingesammelt. So, genau, jetzt kommt... Was ist das denn? Oh, wir probieren es mal eben. Pff, ja, Fail pur. Wir probieren es mal eben und landen noch nicht mal da drauf. Einmal wenigstens. Ja, ne, jetzt reicht es mir. Na, okay, komm, drittes Mal noch. Das ist ja peinlich hier. Jetzt springen wir nicht immer so... Komm, weiter. Komm, 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 zurück! Ne, das klappt nicht. Da hätte ich nochmal auf die eine Kiste draufbleiben müssen. Egal, wir haben jetzt die Leben. Sind wir, denke ich mal, wieder bei Null angelangt. So viel mal gestorben, wie wir jetzt verbollert haben. Oh, da ist eine Nitro-Kiste. Luftpasse, oh, Luftpasse. Au, au, au. Ja, ihr seht schon, wieder diese Geheimwege sind ein bisschen schwieriger. Boah, der Soog. Der Soog. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so stark ist. Aber okay. Aber wir waren ja noch nicht so weit weg. Allerdings müssen wir dann gleich auch wieder das Level regulär beenden. Leider müssen wir das nochmal machen. Auch mit Bonus-Level etc. Sonst kriegen wir den nicht. So. Komm. Komm. Hallo. Ach, Crash. Ne, da muss ich nochmal. Genau so. Ah. Nein, 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 nein. Der Soog, der Soog. Hör auf jetzt. Mach doch. War hier noch was? Ne. Nur eine Todes... Nein! Ey. Der zieht aber auch auf einmal rüber. So, jetzt genug glamiert. Jetzt aber immer hier durchgerusht. So, putz, putz. Ja, da haben wir das Leben auch wieder raus. Sehr schön. Genau. Hier schnell rum. Die eingesammelt. Alles noch kein Problem. Nur der Scheiß hier. Komm. Ich dachte, wir kriegen die Kiste mit dem Hinterteil hier. Komm. Komm, 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 komm. Komm. Oh. So. Ah. Komm. Ja, auch Rabouts. Nitro-Kisten im Harsch. Und jetzt werden wir in das reguläre Level teleportet. Und zwar ganz zu Anfang, damit wir jetzt auch noch jede Kiste mit einsammeln können. Ist das nicht toll? Pumpergum. Genau. Pumpergum. Was auch immer. Bubblegum, Pumpergum. Ah, da vertraue ich ja. Jetzt war nicht auf meine Skills. Denn wir haben ja noch keine Checkpoint-Kiste geholt. Sonst hätten wir das alles nochmal machen dürfen. So. Den sammeln wir mal ein komplett. Kriegen wir da ja auch wieder neben. Genau. Da sind wir ja zum ersten Secret Wob gekommen. Hätten wir hier auf die Plattform springen müssen. Genau. Das haben wir jetzt schon gemacht. Wie gesagt, jetzt müssen wir leider nochmal das komplette Level durchzocken. um den Edelstein zu bekommen. Hallo Crash. Mach doch keinen Scheiß hier. Beutel Ducks from Hell ist das. Ohne Witz. So, rüber hier. Bremsen, bremsen. Okay. Aber das geht da jetzt auch ganz fix nicht. Hier musste ich nochmal kurz warten. Ah, ich hätte es noch geschafft. Aber okay. Da gehe ich jetzt kein Risiko an. Jetzt aber. Sehr schön. Nochmal Bonus. Was war das? Ach so, das. Okay. Das war ja auch nicht allzu schwierig. Bupp. Bupp. Yay. Und hier drauf. Abombs. Bock, 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 bock. So, Präzision. Äh. Äh. Sehr schön. Ach so, ja. Da sind wir ja letztes Mal runter gesegelt. Diesmal machen wir es richtig hier. Genau. Zack. Kisten, Kisten, Kisten. Jetzt aber. Oh ja, das ist eine schwierige Stelle hier. Das sieht man aber auch schlecht. Ich hoffe mal, das ist richtig. Zurück. Wow. Okay, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Und hier ist auch wieder die Todesplattform. Dieses, das, das brauchen wir aber dieses Mal nicht. Genau, stimmt. Wir hatten ja das letzte Mal dasselbe gar nicht regulär abgeschlossen. Genau deswegen. In der Todesplattform. Ah ne, das dauert mir zu lange. Ah, da war noch ein Leben, oder was? Ne, äh, wir hatten 100 Wumpa-Früchte, glaube ich. Jo. Das holen wir uns aber auch noch. So, jetzt aber. Warten wir noch kurz. Ah, 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 ah. Genau, bam, bam, bam. Und jetzt holen wir den Checkpoint. Und bevor man jetzt hier drauf springt, muss man noch hier. Ah, aber nein, 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 nein. Okay. Grätsprung, sonst schafft man das nicht. Denn hier sind auch noch Kisten. Wäre ich jetzt sofort schon auf das Board gegangen, hätten wir das nicht mehr holen können. So. So, und jetzt drauf. Sehr schön, das hat sogar gepasst. Äh, wo sind sie denn? Hallo. Los. Och, ja, da knall ich noch auf die. Jetzt reicht es mir aber schon. So, noch ein paar Kisten für Low. Zack. Sehr schön. So, soll man auch mal gucken, ja. Da ist nämlich eine Mine hinter. Nicht einfach blind drauf lospreschen hier. Das kann ich nämlich gut. Oh, hier sind zwei. Oh, okay. Ah. Mensch, hier sieht man aber nichts. Jetzt aber. Ja, gerade noch so geklappt. Sehr schön. So, macht mal, dass ihr da rüberkommt. Und das war es jetzt nämlich schon wieder mit dem Level. Haben wir alles richtig gemacht? Wir haben alles richtig gemacht. So muss das sein. Und somit haben wir auch den zweiten Warp Room komplett abgeschlossen. Das war nämlich der letzte hier. Na, hopp. Sehr schön. Kommt ein Hologramm? Nö. Seht ihr, wir haben hier jetzt alles. Und somit gehen wir wieder nach oben. Ich glaube, jetzt fehlten uns nur noch zwei Level. Genau, das hatten wir komplett. Sure or later. Beer down hatten wir. Road to ruin. Da wieder zwei. Und unbearable. Ach ja. Ein Ruin-Level. Ich liebe sie. Aus Teil 1. Die waren so schwer und so lang und so nervig. Ich hoffe mal. Okay. Jetzt haben wir ja eh Checkpoints. Aber ich denke mal nicht, dass sie einfacher geworden sind. Oh. Und ich denke mal, den zweiten Kristall, äh, Edelstein bekommen wir nur durch einen anderen Warp wieder. So wie das hier aussieht. Ich glaube mal nicht, dass wir da rüberkommen. So. Genau. Zack. Zack, zack, zack. Einfach mal easy spielen. Ich denke mal, deswegen werden wir den normalen Edelstein jetzt auch nicht bekommen. Also mit allen Kisten. Ich denke mal, ja dann gibt es ja denke ich mal wieder eine Todesplattform, oder? Sehen wir ja gleich. Also darf ich jetzt nicht sterben. Bis zu einem gewissen Punkt. Boah, was ist das denn für eine Kragenechse? Also, egal, Hauptsache wir nehmen TNT mit. So, Checkpoint erreicht. Hier rüber. Grätschen. Sehr schön. Ah, nach vorne laufen ist schwierig. Da sieht man nie so wirklich, wo man steht. So. Och, jao. Ah, hier ist die Plattform. Sehr schön. Also kriegen wir hier auf jeden Fall den Edelstein und den normalen dann wieder per Warp. Ah, das sieht ja schön aus hier. Ist da oben irgendwas? Ne? Pött, pött, pött. Ach, hier können wir noch stehen. Okay, hier auch noch. Okay. Och, ja, ey. Willst du mich doch veräppeln? Komm. Na, hopp. Pff. Ja, Hauptsache das Leben noch eingesammelt, aber dann schön in den Abgrund. Oh, das war knapp. Ich glaube, die weiteren Plattformen hier, die fallen runter. Habe ich vorhin gar nicht gehört, aber man kommt ja schnell wieder hier hin und wie gesagt, wenn man einmal auf so einer Plattform war, dann ist sie auch wieder weiterhin da. Ja, auch wenn man hier stirbt. Wir hatten ja jetzt hier in dem Bereich kein Checkpoint. So, hier konnte man ja nochmal normal. Genau. Ach, ich mach das lieber so. So ist das irgendwie besser. Boah. Und aus dem Weg, wo hat der denn jetzt das Holz hergekriegt? Na, egal. So, fahren wir jetzt erstmal. So machen die Levels doch Spaß, wenn ich mich gar nicht bewegen muss hier. Ach ja, und es geht wieder zurück. Egal. Oh, nee, die nehmen wir mit. Fahren wir gleich wieder neben. Drei Äpfel. Äh, Wumpas. Jetzt habe ich es selber gesagt. Ah, das ist sogar einer, der kaputt geht hier. Aber kein Problem. Oh Gott. Ah. Ich dachte, er wäre echt zu früh gesprungen. Was ist das denn? Oh, wir rutschen, wir rutschen. Wir rutschen. Egal, alles cool. Boah. Ach, jetzt auch noch zurücklaufen hier oder was? Okay. Ah. Die Sau. Die Sau. Ich dachte, die macht doch kein Feuer. Aber hier haben wir den begehrten Edelstein. So, wir gehen wieder knapp. Und wir kommen wieder zurück. Aber wie gesagt, leider können wir den normalen Kristall noch nicht holen. Wegen den unsichtbaren Kisten ganz am Anfang. So. Boaz, babatz. Ich glaube, man kann trotzdem darüber und muss dann in den Bildschirm reinlaufen. Man könnte es, glaube ich, mit einem Gerätssprung ganz schaffen. Also ganz knapp schaffen. Dann müsste man zurück dahin laufen, wo man eigentlich hätte hingeworbt. Dann hätte man das jetzt auch schon holen können. Aber bis ich dann 10 Versuche durch habe, wenn ich dann erst mal auf der Plattform bin. Nee. Nee, nee. Das machen wir ganz regulär per War. Bringt ja nichts. 10 Versuche verballern, bis wir dann da oben sind. Das bringt nichts. So, jetzt ist mal wieder 1000 Kisten hier. Verarschli uns ja auch noch. So, da hinten sind wir schon wieder eine für die Nitro. Okay, zack. Boah, die gehen kaputt. Ein bisschen beeilen. Aber das Bonus geht eigentlich relativ einfach. Jetzt nicht da runter segeln. 13 Kisten und ein Leben. Ja, okay. Das geht ja noch. Kriegen wir auch gleich wieder ein Leben durch die Wumpa-Früchte. Sehr schön. Dum, 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 dum. So, da sind wir wieder. Oh, müssen wir mal gucken auf die Feuerspeier hier. Und laufen, laufen. So, okay. Das geht doch zu schaffen, indem man einfach nur läuft. Sehr schön. Was kommt jetzt hier noch? Ach, was ist du denn hier aus dem Weg, du blöde Affe? Oh, kleines Mäuschen. Komm weg da. Zack. Sehr schön. Was machst du da? Weg, 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 weg. Ja, und hier fehlen uns noch eine ganze Menge Kisten. 40. Die kriegen wir, wie gesagt, wieder durch einen Warp. Aber wir haben zumindest jetzt erstmal einen. Genau. Ja, da strahlt er auch schön. Ach, haben wir den Kristall jetzt gar nicht geholt, oder was? Ja, da müssen wir doch mal rein. Ja, stimmt. Stimmt, wir waren ja auf der Todesplattform. Das hat wieder ein bisschen geskippt anscheinend. Ja, ganz toll. Ach ja, dann müssen wir uns nochmal ganz, ganz schnell hier durch. Eben den blöden Edel... Äh, den Kristall noch holen. Verdammt nochmal. So ein Käse wieder. Diese drei Mauer dann hier insgesamt in dem Level. Und wir werden dann später noch den Edelstein holen. Oh, oh, oh. Ich wollte mich jetzt aber ärgern. So, das viel brauchen wir. Genau, jetzt einfach hier durchpreschen. Checkpoint. zack. Weg hier. Außenweg. Außenweg. Ja, diesmal wieder Todesplattform, aber nee. Ah! Ja, man soll... Ah, hier ist das blöde Ding. Okay. Ja. Da sind wir natürlich nicht hingekommen. Dank der tollen Plattform. Böck, 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 böck. Genau. Wumpa, Wumpa. Ja. Wow. Wäre ich fast schon wieder zu weit gehüpft. So. Perfekt. Ja, ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Ja, da rotze frech wieder sowas. Genau. Zack. Zack. Aber ganz easy, ganz easy. Wenn man hier schnell durch will, ist das alles nicht so das Problem. So, das passt auch. Aus dem Weg hier. Bonus brauchen wir jetzt nicht nochmal. Oh, oh, oh. Okay, das hat geklappt. Die Wumpa-Früchte nehmen wir mit. Aus dem Weg, du blöde Affe. So, zack. Zack. Sieh zu hier. Machen wir trotzdem kaputt, weil es einfach knallt. So, aus dem Weg. Oh ja, und wir haben sich ja auch mal ein paar mehr Kisten hier liegen lassen. Ist ja auch, wie gesagt, scheißegal. Die aus dem Bonusraum halt. Ist ja egal. Und? Jetzt aber. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir uns noch fehlte hier. Okay. Unbeerable. Ha. Yay, yay, yay. So, was war das? War das wieder reiten oder weglaufen? Ähm, bäm, 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 bäm. Ah, weglaufen. So. Ja, ah, ah, diesmal ist das sogar ein Eisbier. Ah, lauf, 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 lauf. So. Oh, oh. Ah, böse. Ach, jetzt kommt so ein Krempel auch noch hier Ah, die Textur sieht da aber ein bisschen komisch aus Ah, das geht ja alles noch Ah, weg hier Ich bin das Einziger, der hier laufen darf Oh Ja, ja, sehr schön Okay, da ist der Bär sogar so lahmarschig da Bremme direkt weiter Oh Ja Das passiert, wenn man gesprungen ist und dann doch grätschen wollte Dann macht er nämlich den Bauchplätscher Das war wieder ein Fail Ach, ja Mit einem Pixel war er Ja, lach du auch noch, weißt du Kriegst du gar nicht die Spin Attack In your face, ey Genau, direkt die verkehrte Richtung genommen Wenn dann aber auch richtig verkackt Jetzt aber So, geht doch, ihr Mensch Oh Wollt ihr schon wieder zur Seite Zum Glück habe ich es nicht gemacht Boah Oh, 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 oh 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 Mensch Ah Der Scheiß-Eckse, ja, aussehlich Blödes Geschmeiß Weg, 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 weg So Und hier kommt das dicke Vieh auch nicht weiter Oh Wie platt das Ding ist Aber hier gibt es jetzt ein Geheimnis Denn hier können wir auch runter Ciao B